Wir fahren schon wieder runter, guck mal. Sind wir schon fertig? Nein, wir stehen nochmal. Guck mal, da oben lassen wir dann so. Mal gucken, was die Öffnungszeiten wir haben. Das ist heute schon geschlossen. Das ist heute schon mal. Das ist heute schon mal. Das ist heute schon mal. Aber ich möchte nachher noch mal ein Kettenkabassel fahren. Ja, machen wir nachher noch. Ich sehe die Hauptbahn, aber keinen einzigen Zug. Keinen Zug siehst du? Ja. Oh, kannst du hier ein paar Züge entdecken? Doch, hier kommt ein Regionalzug. Hier kommt ein Regionalzug. Da, da sind wir zuchreiben. Ja, dann können Sie da ein paar Züge sein. Das ist ein Jugendliche. Das ist die besondere Züge. Da ist das, das ist die Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020